Servus und herzlich willkommen im Live-Blatt Gaming Wohnzimmer. Heute mit einem neuen Video. Lass gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Wenn es dir gefällt, lass mir gerne ein Like da. Und wenn du mir irgendwas mitteilen willst, schreib es in die Kommentare, wenn irgendwas cringe war. Oder wenn es dir gefallen hat, einfach schreiben. Bis gleich im Video. Ich hoffe, dir gefällt's. Los geht's. Wir sind jetzt schon mittendrin bei Die Liebe obsiegt. Wir werden jetzt mal Anthea suchen. Sie ist wahrscheinlich schon beim leeren Riss. Oder... Ja, da beim leeren Riss ist sie. Sie ist so pissed. Also verdammt, ich hätte vielleicht noch gucken sollen. Sieker, wo bist du? Und... Sollen wir unsere Riss. Aus. Vielen Dank. Dann machen wir hier mal die ganzen Netze kaputt. Wo ist Sika? Wie viele von den Netzen müssen wir noch kaputt machen? Wie viele von den Netzen müssen wir noch kaputt machen? Vielleicht sogar verboten wäre. Viele Rituale sind hier niedergeschrieben, einschließlich des großen Rituals des Vergebens für den eigenen Schutz oder der anderen. Ein Brief von Deborah. Grace, liebes Kind, obwohl ich bete, dass du diesen Brief wohl und gesund empfängst, so gestehe ich, dass ich trotz deiner Betreuungen daran zweifeln könnte. Ich bin nicht dumm, mein Mädchen. Ich weiß, dass mit dir etwas nicht stimmt und dass sich dein Vater sorgt. Ich will mich ja keinesfalls in deine familiären Beziehungen einmischen, aber eine junge Frau, die ihren Weg in der Welt gehen will, muss auch Unterstützung außerhalb der Familie haben. Diesen Brief sind ein Schlüssel und eine Karte beigefügt. Du wirst den Ort finden. Ich habe ihn deutlich markiert. Vergiss nicht, du bist nicht allein. Ich stehe dir zur Seite und du kannst auch auf Catherine Newsmith zählen. Sie ist eine vertrauenswürdige Freundin, die dir auf Bitten bei der Organisation deiner Abreise helfen würde. Ich glaube und im Dienst deiner Lehrerin. Madame Deborah Sie ist eine vertrauenswürdige Freundin, die dir auf Bitten bei der Organisation von Binnen und 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 Binnen. So, ab zu Kate. Schauen wir mal, ob die gerade irgendwo rumläuft. Schauen wir mal, ob die gerade irgendwo rumläuft. Schauen wir mal, ob die gerade irgendwo rumläuft. Vielen Dank. 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 So, nicht mehr weit, dann sind wir wieder bei Seeker und zwar in der Quest, die Liebe obsiegt. Immer noch dieselbe Quest natürlich. Und da müssen wir ja nur noch rechts rum. So, ab hier rauf. Hier hinten ist noch eine Kiste. Hier hinten ist noch eine Kiste, die werden wir natürlich gleich mal aufmachen, sofern wir die öffnen können. Oh, der ist noch eine Kiste. Oh, der ist noch eine Geschichte. So, einmal hier, die ist noch 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 einmal hier, so, also, jetzt müssen wir hier erst mal hier das Echo suchen oder was auch immer. Vielleicht auch hier, da ist noch einmal hier, weil es noch einmal hier ist, also, da ist noch einmal hier, also, da ist noch einmal hier. So, erstmal alles braucht man, was wir so zu bieten haben. Das Kerlchen hier verwandeln wir mal. Da haben wir jetzt einfach gebraucht. Da sollte dann auch gleich Geschichte sein. War's das schon? Sieht so aus. Einfach nur die zwei Gegner hier. Ist ja easy. Gucken wir mal ganz kurz auf die Karte, was in dem Gebiet alles ist. Wir müssen hier Seeker finden. Hier waren wir jetzt. Und hier müssen wir eigentlich rauf. Aber hier geht's auch noch rein. Ich würde sagen, wir müssen da sofort rein. Und danach gucken wir dann auch noch oben in die Hütte. Wollen wir mal gucken, was wir hier so finden. Vielleicht ist hier ja noch irgendwas spezielles, spannendes. So, einmal festsetzen und fest draufhauen. So, das war's. Jetzt gucken wir da nochmal. Da oben kann ich doch irgendwas... Das wusste ich ja. Das wusste ich ja. Ich kann das ja sprengen. Ah, Hexenstein haben jetzt eingesagt. Super. Da können wir dann später bei Seeker auch noch einkaufen gehen. Ah, darauf können wir ja nicht. Hier müssen wir wieder durch. Würde mich nicht wundern, wenn hier jetzt der nächste Kampf irgendwie auf uns lauert. Jetzt gucken wir erstmal, ob man da in die Hütte vielleicht irgendwie reinkommt. Was hier... Ah, hier kann man vielleicht draufschießen. Gucken wir mal. Wahrscheinlich nur von der anderen Seite. Oder da von einem von den Fenstern hier. Und ne Kiste. Nehmen wir natürlich dankend mit. Was auch immer da drin ist. Alles, was da drin ist, hilft uns natürlich. Die Sterialstücke sind immer super. So, guck mal hier mal hinten. Da ist nix mehr. Dann ab da nach oben. So, jetzt haben wir da mal fest. Das ist traurig, denke ich halt. Relativ wenig Gegner hier. Im Gegensatz zu den ganzen Sachen, die wir vorher immer so hatten. Warte mal, hier bin ich ja jetzt aufgekrabbelt. Runter müssen wir dann nicht gleich wieder. Hier nehmen wir noch das Pyrite mit. Da müssen wir irgendwie hoch. Heißt, einmal hier drüber springen. Ne, Blödsinn. Hier sind wir hergekommen. Welche Verwirrung ist uns jetzt in mich gestoßen? Hier. Kommt man einfach nur hier runter in das Haus. Verdammt. Das ist wahrscheinlich der Weg für später. Achso, aber vielleicht können wir ja mit Anthea. Ne, hier können wir rüber. Das kann kein Zufall sein. Ist Grace womöglich Seeker? Staubig. Seeker war schon lange nicht mehr hier. So, ein Pinselchen mitgenommen. Kisten hier können wir nicht aufmachen. Ich bin gespannt, ob wir gegen Seeker kämpfen müssen oder nicht. Gucken wir uns hier draußen jetzt noch kurz um. Ob wir mal was mitnehmen können. Auf alle Fälle können wir hier ein Seil runterspannen. Das werden wir auf jeden Fall tun. So, hier noch eine Seelenschirbe. Dann ab rein in die Hütte. Jemand zu Hause? Briefentwurf. Briefentwurf. Fräulein Comenius. Deborah. Ich hoffe, dieser Brief erreicht dich bei... Dank dir kann ich endlich ich selbst... Jedes Mal wieder weggestrichen. Sie hat da öfters angefangen. Hoffentlich bist du wohl auf und gesund. Ich habe die Hütte gefunden, aber ich werde dort nicht bleiben. Ich kann endlich ich selbst sein. All das lernen, was ich schon so lange wollte. Wie kann... Wie kann man nur Angst vor Magie haben? Ist sie denn nicht etwas Wunderbares? Ich habe einen Ort gefunden, der sicher ist. Verborgen. Einen Ort, an dem ich ungestört und ungesehen lernen kann. Dank dir kann ich vielleicht endlich in Frieden und Freiheit leben. weit weg von ihm und seinem Kontrollzwang. Er hat sich mir gegenüber nie wie ein Vater verhalten, sondern stets nur wie ein tyrannischer Herrscher, der keine andere Meinung neben der seinen zuließt. Er hat nie versucht, mich zu verstehen. Doch das ist jetzt alles in Vergangenheit. Denn mich erwartet ein neues Leben. Ein Leben, das nicht mehr von mir verlangt, seine Tochter zu spielen. Wenn man es so sieht, dann sind wir jetzt beide frei. Danke für... Wieder mal durchgestrichen. Ich danke dir für deine Hilfe und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Deine Schülerin. Grace Pennington. Da ist Grace aber tief gefallen. Mach keine Witze. Die Situation ist ernst. Ja, du hast recht. Was haben wir hier für eine Karte? Eine kritzelige Zeichnung des alten Jägerlagers im Düsterwald. Ein etwas außerhalb im Wald gelegene kleine Hütte ist eingekreist. Deborah wusste von diesem Ort. Konzentrier dich aufs Wesentliche, Red. Tue ich. Interessante Kleiderwahl für so ein junges Ding. Fetzen, mehr nicht. Und sie helfen uns nicht, sie zu finden. Jetzt gucken wir mal, gibt es hier noch was? Hier gibt es noch was. Jetzt haben wir Gewissheit. Sie ist in den Bergen. Ah, hier kann man die dann. Müssen wir nur noch den Zettel hier untersuchen? Transkribiertes Ritual der Verstellung. Krakelige Handschrift. Anmerkung der Seeker. Fast ist es mir geglückt, das Ritual der Verstellung ist noch nicht vollständig genug. Aber ich muss es auf meine Weise perfektionieren können. Kein Wunder aus einem dämoniologischen Buch, dass ich es rausbringe. Die waren schon immer viel zu engstirnig. Aber damit werde ich den perfekten Illusionszauber erschaffen können. Vielleicht sollte ich ihm danken. Schließlich ist er mit der Kopie dieses Rituals ein großes Risiko eingegangen. Vielleicht. Wenn sich unsere Wege erneut kreuzen, werde ich mich bei meinem letzten Freund bedanken. Noch mehr Dämonologie. Eine verborgene magische Tür. Erinnere mich daran, Lemmy Haskell deswegen zu fragen. Der Kreis öffnet die Tür. Aber das Symbol kenne ich nicht. Ich kenne es nicht, aber Lemmy vielleicht. Es war gut, dass wir hergekommen sind. Jetzt wissen wir, wo sie sich versteckt. Bald werden wir den Teich benutzen können. Wir brauchen nur den Schlüssel für den Dissimulationszauber. Und Lemmy Haskell wird uns dabei behilflich sein. Ja, sicher. Der Top, dann einmal zurück zu Lemmy. Wir versuchen jetzt nur mal kurz das schnellste Lagerfeuer zu finden. Das ist eh das im Jägerlager. Da werden wir kurz hinlaufen. Also, einmal hier runter. Tür haben wir ja schon aufgemacht. Hätten wir auch von hier drinnen dann aufschießen können. Spuck schon aus, was du sagen willst. Jetzt interessiert es dich also, was ich zu sagen habe? Nur wenn es uns nicht auffällt. Du hast es ja furchtbar eilig. Wir müssen das hinbiegen. Wir können uns kein Scheitern erlauben. Wir werden nicht scheitern, wenn du endlich aufhörst, rumzutrödeln. So, allzu weit ist es ja nicht mehr. Die 200 Meter haben wir schnell runtergelaufen. Einfach hier noch hochhüpfen. Gleich sind wir da bei dem Lagerfeuer. Und zu Lemmy können wir ja dann schnell reisen. So, ich kann mich noch erinnern, wie hier die Brücke sogar noch oben war. Wir mussten das ja erst runterlassen. So, im Lager sind wir. Müssen wir nur noch zu unserem Haus. Dann können wir einmal mit dem Lagerfeuer da schnell reisen. Ab zu Lemmy Haskell. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den nochmal brauchen. Aber da wären wir ja wohl was Besseres belehrt worden sein jetzt. So, einmal hier. Zu Lemmy. In die Ecken. Kein Gouverneur. Kein Gemeindezentrum. Und wie es aussieht, auch kein Glaube mehr. Ja, Sir. Einmal Lemmy Haskell quatschen. Red, Antea. Ihr kommt gerade im richtigen Moment. Meine Rede ist beinahe fertig. Und mit beinahe fertig meine ich beinahe fertig geschrieben. Mir fehlt noch ein gutes Ende. Ein richtiger Höhepunkt zum krönenden Abschluss. Ich dachte mir, ich erzähle von euch. Wäre euch das recht? Es ist eure Rede an eure Gemeinde. Vertraut euch selbst. Tut, was ihr für das Beste haltet. Bei euch hört sich das so einfach an. Wart ihr schon immer so wortgewandt? Nun, ich habe Männer in den Krieg geführt. Und angsterfüllte Männer wollen Worte der Tapferkeit hören. Gut formuliert. Ich werde mir das zu Herzen nehmen, während ich weiter an meiner Rede feile. Ich glaube fest daran, dass dank des Zusatzes eurer profunden Weisheit diese Rede sicherlich gut bei den Leuten ankommen wird. Zumindest bei denen, die noch übrig sind. Wir haben eine Seite aus einem Buch gefunden. Hier. Erkennt ihr sie vielleicht wieder? Lasst mal sehen. Ist die aus die Rätsel des Trismegistus? Ja, es erweckt den Anschein. Warum bringt ihr mir eine schimmlige Seite aus einem amüsanten, jedoch harmlosen kleinen Buch? Warum habt ihr es für euch behalten, dass ihr wieder einem Freund ein Ritual beigebracht habt? Das ist lange her. Ich sagte, dass ich nach der Sache mit Caleb niemandem mehr ein Ritual beibringen würde. Und das habe ich getan. Äh, nicht getan. Wissen wir, aber wir sind jetzt auf der Suche nach Grace Pennington und wir hatten gehofft, ihr könntet uns helfen, sie zu finden. Wen? Im Ernst, Junge. Tut mir leid, Mistress Anthea. Als ihr Graces Namen aussprach, habe ich instinktiv versucht, sie zu beschützen. Wann habt ihr Grace Pennington zum letzten Mal gesehen? Das muss wohl ein paar Tage, nachdem ich ihr das Verhüllungsritual gebracht habe, gewesen sein. Als ich später zurückkehrte, war die Hütte weg. Was Sinn ergibt jetzt, wo ich darüber nachdenke? Das war's? Seitdem habt ihr nie wieder versucht, eure beste Freundin zu finden. Eure einzige Freundin. Nun, ihr müsst wissen, dass einige Wochen später bereits über Hexenwerk in der Stadt gemunkelt wurde. Ich hielt mich bedeckt und Grace war so besser dran. Ich hatte recht. Und ich bin froh, dass sie entkommen konnte. Es ist merkwürdig, nach all der Zeit wieder an sie zu denken. Habt ihr je von einer Person namens Seeker gehört? Seeker? Nein. Klingt wie ein Titel. Wie mein wahrer Sucher. Diese Seeker, ist das Grace? Ist sie am Leben? Wisst ihr, wo sie ist? Wir denken, dass das Grace ist und wir hoffen, dass sie noch am Leben ist. Deshalb suchen wir nach ihr. Wir vermuten, dass sie sich hinter eurem Dissimulationszauber versteckt. Dann müsstet ihr den Zauber aufheben. Sollte nicht kompliziert sein, sobald ihr mit dem richtigen Wissen gewappnet seid. Wie funktioniert das Ritual? Es erschafft Illusionen, die so verblüffend echt sind, dass sie selbst Menschen mit Argus-Augen täuschen. Es gibt zwar effektivere Verhüllungszauber, aber die Rätsel des Trismegistus bestechen durch ihre schlichte Eleganz. Die Kurzfassung, wenn's geht. Wir wollen nur wissen, wie wir den Zauber aufheben können. Ja, natürlich. Dazu benötigt ihr lediglich den vollen Namen des Zauberers und das Symbol, mit dem die Illusion erzeugt wurde. Grace Pennington und ein nach unten zeigendes Dreieck. Nun, dann ist nur noch ein einfacher Gegenzauber aus demselben Buch nötig und, äh, oh nein. Was ist nun? Leider habe ich meine Ausgabe im Aralud zurückgelassen, in der Lehre. Fantastisch. Einfach fantastisch. Ja, aber zu meiner Verteidigung, wenn ihr das Buch habt, kann Graces Illusion ganz einfach entzaubert werden. Vergleichsweise einfach jedenfalls. Habt Dank für eure Hilfe. Könntet ihr Grace mitteilen, dass ich noch immer ihr Freund bin? Es würde mich freuen, sie wiederzusehen. Sobald wir sie gefunden haben, werden wir es sehr gern ausrichten. So, jetzt müssen wir erst mal gucken, wo wir die Lehre betreten müssen. Sieht jetzt ein bisschen so aus, als wäre das weiter weg. Ah, jetzt müssen wir hier hin. Ja, gut, dann einmal noch mal schnell reisen. Jesus, rede mit mir. Lass alles raus. Du benimmst dich, als wäre alles gut. Als wäre ich nie gestorben. Ich bin tot. Und es geht mir nicht gut. Überhaupt nicht gut. Aber du gibst vor, das nicht zu bemerken. Das macht mich wütend. Und traurig. Das war nicht meine Absicht. Ich weiß. Aber trotzdem fühlt es sich so an. Schnell zur Mühle. So, wo müssen wir hin? Wir müssen runter. Ne, blödsinn, wir müssen in der Mühle runter, glaube ich. Ja. So, wo war denn das hier? Hier war der Aufzug. Müssen wir erstmal hier hochholen. So, gleich sind wir unten, gehen in die Leere und holen mal das Bug von Lemmy zurück. Keine Zeit zu verlieren. So, gut, dann runter da. Ich werde jetzt gleich mit ihr runterlaufen. Herz Herz, du die Wurzeln. So, jetzt gucken wir. Einmal das hier müssen wir wegnehmen. Wo ist dann eins? Haben wir hier. Eine Wurzel geht nach unten. Sehe ich die von hier aus? Oder sehe ich die nur unten? Das wäre jetzt natürlich spannend. Oder vielleicht kommt es auch hier in der Nähe wieder wo raus? Ah, hier kommt es wieder raus. Es sollte ja easy gehen jetzt eigentlich. Einmal da unten. Nachladen. Und hier sind die Aufschluss. Oh Gott. Und weg ist es. Ah, da ist eine Hexatruhe da hinten. Also entweder ist das neu oder ich habe das das letzte Mal übersehen. So, nächster Lift. Nächste Ebene nach unten. Irgendwo da unten hinten ist dann auch nochmal so ein Netz. Hier sehe ich jetzt auch noch eine Schatulle. Die ist aber schon offen. So, wir sind gespannt, ob wir jetzt hier noch einen Kampf vor uns haben. Oder? Irgendwo sollte ja hier eigentlich noch was sein. Wenn wir da durchgehen, wahrscheinlich. noch immer keine geisterhaften Spektralspinnen, die sich hier verstecken. Nein? Gut. So, einmal hier hoch. Irgendeine Belohnung bekommen wir da, ja? Also ich würde das gerne jetzt gleich hier machen und mir angucken, was es hier gibt. Denn wir kommen hier sicher nicht nochmal her. Hier ist eine Kiste. Wenn wir da schon im Zuge der Hauptfest hier vorbeikommen, dann nehmen wir das Duncan mit. Hier kann man auch wieder runter. Und dann ab in die Leere. Beziehungsweise ein kurzer Blick auf die Karte riskiere ich trotzdem noch. Okay, das nächste Frage zeichnen wir da unten. Gut, dann rein da. Leerwandeln. Soll ich erstmal gucken, ob hier was Besonderes ist? Nee. Mist. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, wie ich es ausdrücken sollte. Wie du was ausdrücken solltest. Du hast mir vorgeworfen, dass ich so getan hätte, als wärst du nie gestorben. So kommt es mir vor, Red. Du wirst meinen Tod akzeptieren müssen. Ich... Ich konnte es einfach nicht. Ich gebe es ja zu. Mein Tod hat in mir eine Leere hinterlassen und ich wusste, dass es mich hätte treffen sollen. Aber dann bist du zurückgekommen. Und ich griff nach diesem Strohhalm, um das Geschehene ungeschehen zu machen. Ich will deinen Schmerz nicht ignorieren. Ich versuche nur, mit meinem umzugehen. Oh, das... So hatte ich das noch gar nicht gesehen. Danke für deine Ehrlichkeit. So, so wirklich weit ist es ja gar nicht mehr. So, jetzt müssen wir hier zwar kämpfen, da kann noch mehr. Ah, mit hier muss ich das machen. Spaß, dann fetzt man da jetzt mal einfach durch die Beute. So, einmal verpacken, damit der Stier schneller tot ist. Soll hier ja nicht alles ewig dauern. Und dann hier rauf. Das sind ja nur 60 Meter knapp. So, die Kiste hier ist schon offen. Das Buch ist nicht hier. Das Buch könnte dort oben sein. Ich könnte vielleicht Hilfe gebrauchen. Ich könnte sie dir vielleicht geben. So, wie komme ich da jetzt hoch? Ah, da hoch. Sieht wie das Zeug von Lemmy aus. Nur überall verstreut. Auch wenn sich die Lehre verändert, sollte das Buch hier irgendwo sein. Ah, ist es ja. Die Trismegistus-Rätsel. Die Rätsel des Trismegistus. Symbol des nach unten gerichteten Dreiecks. Dieses Symbol bedeutet Gleichgewicht, Einfachheit, Festigkeit. Dieses Symbol wird nicht wirklich von der dämonologischen Schule der Magie verwendet, sondern eher von Hexen und Frauen, die sich als Wissenschaftlerinnen bezeichnen. Es wird hauptsächlich für Illusionen oder andere Zauber verwendet, die die Hauptsinne täuschen. Konzentrier dich auf den Ursprung des Zaubers und Befehl, ihm den Namen des Zauberers, den Zauber rückgängig zu machen. Gib auch an, was durch den Zauber rückgängig gemacht werden soll und welche Bedeutung des Zaubers aufgehoben werden soll. Verstanden. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Wir haben das Symbol, das wir brauchen. Zurück zum Berg. Suchen wir ihr Versteck. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass ohne Bossfights das jetzt funktioniert. Hast du das gehört? Augen nach vorn, Red. Hey! Fuck hinterher! Ah, diese Dornen hier. Furchtbar. Da ist noch einer. Wie? Da ist noch einer. Okay. Ja, das geht. Der Vögel hat das Teil bloß! Ah! 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 Sie lernen es einfach nicht, oder? Ah! 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 Da musst du allein durch, Red. Einen Geist kann man nicht davonrennen. Ah, geht doch. Einmal verband. Da ist noch einer. Krähen folgen dem Ruf. Ups. So, jetzt kann man hier aber gut durchmähen. So, gleich ist die Vogelscheuche am Ende. So, Vogelscheuche ist weg. Jetzt nur noch vier. Den kleinen auf dem Wegballern. Und geschafft. Geistlanlagerung haben wir bekommen. So, wo müssen wir jetzt hin? Darüber. Sieht doch so aus, als wäre es nicht mehr so weit. Man sieht das leere Portal schon da auf der Karte. Hier ist es ja. Ja. So, wo sind wir denn jetzt hier? Na, erstmal gucken. Wir sind ja jetzt eigentlich ganz woanders. Ah, wir sind auf meinem Pläschchen. Jetzt sehe ich es. Tja, heißt für uns, wir müssen jetzt hier mal 300 Meter laufen. Sie sehen echt aufgeregt aus. So, dann erstmal so. Den setzen wir hier jetzt mal kurz fest. Ich hab hier was für dich. Ja, das war's. Und weiter im Text. Die Sachen hier nehmen wir noch kurz mit. Auch wenn wir die wahrscheinlich nicht mehr brauchen, um irgendwelche Dinge aufzuwerten. Hier können wir einen Fass runterschießen. Ah, Blödsinn, wir müssen hier rein. So, währenddessen das Ding hier runterfährt, gucken wir kurz auf die Karte. Ja, natürlich müssen wir mit dem Lift nach oben fahren. Ja, natürlich müssen wir mit dem Lift nach oben fahren. So, gibt es hier vielleicht irgendwas Spezielles, was wir noch runterschießen könnten? Sieht gerade nicht so aus. Nachgeladen haben wir auch. so aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Möge der Schleier der Unwissenheit gelüftet werden. Lass uns durch die Augen von Grace Pennington sehen. Ich bin so gespannt, ob sie jetzt feindlich ist oder gut. Aber sie muss ja eigentlich befreundet mit uns sein. Wir wissen, es können wir nichts mehr kaufen. Ihr seid erstaunlich langsam, selbst für einen Verbannner. Ihr kommt zu spät. Oder zu früh. Endlich haben wir euch gefunden. Habt ihr mich wirklich so vermisst? Ihr hättet euch beeilen können. Man glaubt immer, man hätte noch etwas mehr Zeit, bis man plötzlich keine mehr hat. Es war nicht umsonst. Wir sind weit gekommen und haben viel gelernt. Das hoffe ich. Aber alles habt ihr bestimmt noch nicht verstanden. Immerhin seid ihr immer noch Verbannner. Das sind wir in der Tat, Grace. Ah. Also wisst ihr es. Ich weiß, dass ihr Penningtons Tochter seid. Auch wenn ich keine Ähnlichkeit erkennen kann. Das konnte er letztendlich auch nicht. Das muss geschmerzt haben. Ist das jetzt noch von Belang? Der Käpt'n ist tot. Und bis zum Ende hin war das auch seine Tochter. Ich habe mich ihm widersetzt, habe verbotenes Wissen gesucht und Grenzen überschritten. Am Ende dieser unsäglich schmerzhaften Reise war Grace tot. Und Zika wurde geboren. Ja, es war schmerzhaft. Aber das war es wert. Ich kann es mittlerweile akzeptieren. Alles. Siri Dean hat eine Lehre hinterlassen und ich muss sie füllen. Das akzeptiere ich. Ich bin bereit, meinen Platz in dieser Welt einzunehmen. Wie sieht es mit euch aus? So, jetzt versuchen wir erstmal hier kurz einzukaufen. Ich kenne, gibt nur Rohstoffe. Dann. Die Zeit ist für uns gekommen, nach New Eden zurückzukehren und uns dem Albtraum zu stellen. Ja, das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden. Blickt eurem Schicksal ins Auge und bereitet dem Fluch ein Ende. Siri Dean meinte, dass der einzige Weg zurück durch die Lehre führt. Aber der Teich scheint nicht mehr zu funktionieren. Wir brauchen eure Hilfe. Natürlich braucht ihr die. Wir hören. Erinnert euch an Siri Deans Worte. Wenn ihr den Albtraum besiegen wollt, müsst ihr einander euer Herz öffnen. Keine Mauern. Ein starkes Band. Wir waren nie stärker. Dieser Leer ist es nicht wie die anderen. Hier tritt die Leere in unsere Welt über. Er befindet sich im vermoderten Zentrum der ganzen Region. Ihr müsst alles, was noch in eurem Herzen lodert, an der Schwelle zurücklassen. Tut ihr das nicht, wird euch die Leere töten. Wo genau wird die Leere uns in New Eden Town ausspucken? Der Trick dabei ist, sich auf die schönsten Erinnerungen zu konzentrieren und sich dorthin bringen zu lassen. Zumindest wirkt das für mich. Versuchen wir's. Und wenn ihr erfolgreich wart, werde auch ich nach New Eden Town zurückkehren. Wir werden uns dort sehen. Nun denn, dann brechen wir besser auf. Befriedet dieses zerrüttete Land und eure unruhigen Herzen, meine Freunde. Es mag keine große Hilfe sein. Vor allem aus meinem Munde. Ganz im Gegenteil. Habt Dank, Seeker. Wir werden unser Bestes geben. So, das heißt, wir müssen jetzt durch die Leere. Die Frage ist nur, wo. Irgendein Fragezeichen ist hier noch. Jetzt gucken wir nochmal kurz hier, was hier noch so gibt. Hier ist ja auch eine Hütte. Eure neue Behausung gefällt mir deutlich besser als die alte. Damals war ich ein anderer Mensch. Natürlich haben wir hier eine Kiste. So, jetzt aber ab zum Lagerfeuer. Dann vermute ich mal, können wir irgendwo hin schnell reisen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt 700 Meter laufen müssen. Sie ist jetzt die Hüterin. Möge sie über alles Wissen ihrer Mentorin verfügen. Und noch mehr. Ich wünschte, ich wäre halb so schlau wie meine. Du bist nicht so dumm, wie du tust. Du wirst dich wacker schlagen. So, dann auf zum Leererriss. Also wir sind jetzt schon auf der Hexeninsel. Würde ich sagen, hier starten wir durch. Die 80 Meter zu dem Leererriss da noch hinlaufen. Können wir hier runter? Nee, können wir nicht. Ich bin ja auch ein bisschen falsch im Start. Irgendwo bin ich jetzt nicht abgebogen, wo ich abbiegen hätte müssen. Ah, hier müssen wir raus. Ups. Also ab durch den Riss? Ich bin ja auch ein bisschen falsch im Start.